Hat Benny Glück? Autorin Claudia Peter Benny ist eine wundervolle Familie. Seine Mutter, Kira, ist eine Ärztin. Schönheitschirurgie ist ihre Spezialität. Sein Vater, Kevin, hat eine Fabrik für Katzenfutter, Delikatessen für Vierbeiner. Seine ältere Schwester, Paulin und ein Papagei, sind auch mit dabei. Paulin ist eine prima Klarinestistin, Tanzballett, spielt Dennis und macht Tai Chi. Das ist seine Familie. Sie wohnen in einem exklusiven Stadtviertel namens Reichenau. Familie Furs hat einen Helikopter. Benny sieht und hört den Helikopter oft. Benny liebt es. Am Wochenende in dem Park zu gehen und dort zu bingeln. Er fährt auch gerne Fahrer mit Kira, bis sie einen Umfahrt hatten. Der Kankrenwagen kam dank einem Unbekannten gebackter. Sie stellten fest, dass Kigaswein gebrochen war. Aber Benny? Benny? Benny ist nicht hier. Wo ist Benny? Was ist mit ihm passiert? Und wer hat den Kankrenwagen geholt? Wenn sie das ihnen wissen wollen, lassen sie das Buch und lassen sich überrasen. Ich bin ein Buch und lassen sich überrasen. Ich bin ein Buch und lassen sich überrasen.